Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 25. September 2017, Geek Talk Daily 210. Heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Apple Pay und Aldi, Netflix und HDR, Andromeda OS, Windows Store, Ikea Trattfree, Webseiten fürs iPhone X und Mario Run. Ich habe den ein oder anderen Hörer aus dem nörderlichen Land, genauer genannt Deutschland, sicherlich jetzt gerade mit langen Ohren erwischt. Denn Aldi und Apple Pay klingt ganz nach Juppie, wir können jetzt auch. Aber nee, Entschuldigung, leider ist Aldi USA da gemeint. Da kann man nämlich ab sofort mit Apple Pay bezahlen. In rund 1700 irgendwas Filialen ist das nun möglich. Nicht nur Apple Pay, sondern auch Google Wallet und Android Pay wurde gleichzeitig eingeführt. Und somit geht das Ganze noch ein bisschen mehr in die Breite. Zumindest halt eben wieder in den USA. Da dürfte hoffentlich bald mal was nachkommen. Aldi Schweiz kann das ja zum Glück auch schon länger. Netflix weitet sein HDR-Support ja stetig aus. Mit dem Galaxy S8 und Note etc. waren ja da die letzten Geräte, die dabei waren. Jetzt ist auch noch mit dabei von der Partie das iPhone 8, das iPhone X und das iPad Pro. Sowie ein paar andere Unterdevices, die da noch rumschwirren im Bereich vom Apple Pool. Immer wieder praktisch, auch besseren Ton etc. Was genau da ist, in den Links könnt ihr bei uns nachlesen, in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Na dann, gehen wir rüber zu Windows. Da gibt es Neuigkeiten oder zumindest ja im Internen wird das Ganze Andromeda OS genannt. Das soll der nächste größere Schritt bei Microsoft werden, was das Betriebssystem angeht. Und seit Jahren baut man da ja schon in Richtung diesem modularen Betriebssystem, sprich das, was man für alle Plattformen nutzen kann. Sehr, ja, meinen Augen einen schönen Ansatz, sollte man nur konsequent durchziehen. Und das wollen sie eben mit dem nächsten Step. Andromeda OS soll quasi so ein Baukastensystem mäßig werden, wo sie dann das Ganze oder die ganzen Teile an die jeweiligen Hersteller abgeben. Starten will, soll das Ganze und das befeuert natürlich wieder mal die gerückte Küche. Ein Smartphone. Vielleicht sehen wir es doch noch, das Surface Phone. Ja, wir werden es sehen im nächsten Jahr. Auf jeden Fall spannender Ansatz. Eine weitere Neuigkeit gibt es auch aus dem Lager Microsoft. Der Windows Store, da habt ihr früher eure Apps runtergeladen oder bis heute auch noch eure Apps runtergeladen. Mittlerweile geht da eben aber auch mehr, wie Spiele, Filme etc. Und unter anderem, wahrscheinlich deshalb hat man das Ganze dann auch umgenannt vom Windows Store zum Microsoft Store. Sinnig eigentlich. Eigentlich hätte es irgendwie One Store oder sowas heißen müssen. Na dann, Trat Free. Das ist, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das Ikea Lampensystem. Das smarte, was noch nicht Alexa, noch nicht Apple HomeKit kann. Angekündigt war es lange oder eigentlich seit Beginn, immer mit Coming Soon, also dieses Fall, den Herbst. Anscheinend benötigt da Ikea noch ein paar Ehrenrunden. Lassen wir doch den Jungs und Mädels aus Schweden noch ein bisschen Zeit, damit das Ganze dann schlussendlich auch sauber funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Update. Und ja, wenn ihr euch für Smart Home interessiert, Projekt-Hausbau.ch, da findet ihr einiges in dem Bereich. Apple hat ein neues Patent zugesprochen bekommen. Uh, Welt geht unter. Nee, Quatsch. Es ist wieder mal ein Ding, was wir wahrscheinlich so in echt nie leider sehen werden. Denn es ist der 3D-Touch-Geschichte, die Apple auch schon patentieren hat lassen, soll jetzt nicht nur vorne funktionieren, sondern laut Patent eben auch auf der Rückseite. Sehen wir bald ein iPhone mit zwei Displays vorne und hinten? Ja, man mag es bezweifeln, jetzt wo ja das iPhone X als das Zukunftstelefon vorgestellt wurde. Zudem kommen wir auch gleich zum iPhone X. Wer eine Webseite programmieren möchten, die perfekt auf das iPhone X abgestimmt ist, im Webkit, das ist da der Unterbau von Safari, Blog gibt es einen kleinen Blogpost dazu, wie ihr eure Webseite zurecht machen müsst, damit das da alles auch richtig angezeigt wird. Noch zu guter Letzt was zum Spielen. Im letzten Jahr hieß es eigentlich, dass nach dem Gratis-Teil und dem 10 Franken, respektive Euro, ein Wurf bei Super Mario Run nicht mehr groß was kommt. Jetzt kommt doch nochmal ein bisschen was. Allzu viel ist es dann doch auch nicht, aber es soll ein Update kommen. Und zwar zum 29. September, zeitgleich mit der Nintendo Mini, SNES Mini war es glaube ich. Ja, genau. Na dann, wir sind jetzt mittlerweile alle in den Montag gestartet, hoffe ich doch für euch. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in den Tag und ja, wer weiß, vielleicht mögt ihr mir morgen auch wieder zuhören, wenn es dann heißt, willkommen zu der Geek Talk Daily 013. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.